Ich nehm alle außer den Letzten, alle außer den Set Interesting nehm ich. Message. Wie viel kostet denn die beiden, Robby? Insgesamt 40k? Nein, Spass. 19k? Ah, Scheiß Gamer, Alter. Naja, dann machen wir halt 18k. Aber der sieht geil aus, komm, 19k. Nee, den hab ich schon mal gesehen, oder schau mal, der hat geblühen. B-H-U. Ja, aber der sieht doch anders aus, kurz. Ja, aber der sieht doch ein bisschen. Ja, ein bisschen schon, aber... Okay, warte hier, so. Oink, oink. Slash. P-I. 9k. Äh, P-I. Sonderblatt. Deine Aktien für beide, ne? P-Remove. 18 für beide, oder? Sonn... Ja. Oder mach 18 für... Ja. Blood. Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Boss. Habeck gegeben. Habeck gegeben. Was... Was hat der? Wissen wir mal Trust geben, Big Boss Baron. Nein. Ich schwör auch alles. Ich spiel nicht dein hier... Deine Teppiche. So. Ah, ich wurde gerade im 1,3k. Habeck gegeben. Was soll das jetzt? Message... Eho. Junge, gib mir den Kopf. Wie du hast... Was meinst du... Oh, wie. Du hast... Eck gegeben. Geht her jetzt. Break in bone. De 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 Drop Event. Just for you. Danke dir, Bruder. Hat der das jetzt schon getropft, oder was? Hä, oh, Alter. Geh weg. Geln mit über fünf Drove, äh... Sjammerarmis, Sjammerarmis. Wieso... Hey. Wieso wusst du das? Alter, ich verwagel. Oh, wie? Ich hab nix gebläst. Wir machen das immer in die Kiste. Ich versuch mich mal durchzubacken, okay? Vielleicht schaff ich's ja. Ah, warte. Hast du nen Endappell? Mach jetzt den Knast kaputt. Nix passiert. Warte. Diesmal. Ey, der Knast ist nicht so gut. Message? Wär ist ja lustig, drop ja einfach. So, alles mal jetzt. Okay, du gibst... Okay. Two Beacon in die Kiste. Ich bin jetzt hier drin. Ich bin jetzt hier drin. Big Boss. Ich kann mich rausbuggen. Guck. Ich muss hier so. Slash P. Boss. Big Boss, das ist nicht so safe. Wirklich, hier? Ich kann hier nicht durch jetzt, aber mit einem Trick. Ich kann hier nicht durch. Aber mit einem Trick kann ich mich hier easy durchbauen. Warte. Okay. Warte, das ist ein bisschen schwieriger. Das ist einer der schwierigen Tricks. Perfekt, okay. Und hoffentlich... Stark, stark. Oh, hab ich durchgepackt. Stark. Nice, Digga. Nochmal machen? Ja. Ich bin hier drin, kann man nicht... Ah. Oh mein Gott. Ah. Du hast dir da ein Home gesetzt, du Idiot. Nein, hab ich nicht. Hab ich gar nicht. Du willst es mich verraten. Na klar, na klar. Dann mach's mal hier drüben. Ne. Ohne ein Home zu setzen. Hier drüben. Wie wo? Wo wo wo? Du gehst von der Seite jetzt rein. Von der Seite gehst du rein? So. Mach ich von wo wo ich rein gehst? Ja Jajajaja ja du bist jetzt해서 raus. Ja hör auf. Ich spiel nicht mehr mit dir nä. Digga Baron. Ja? Okay warte! Kannst du wen", ähm Ettl oder Stab kicken? Külööööööööööööööööööööööööööööööw 찮l Quem ist der Smart nein ich habe noch einen geiler doch nicht mein guck wenn ich hier gegen die tür laufe und dann wir umsetzen und warte nicht so sondern so mache ich auf gegen die tür hey ich habe jetzt einfach ich weiß was ich gehe jetzt hier um ich weiß ich kommt jetzt hier zu den kreis richtigen wenn man es vor und man kriegt hier ein halbes herz der mitsch muss man ändern kommen kommen erkennbar ist er jetzt geliefert user was sollst für das kommen Drei Biken, Bikenkopf und 9.975. Um. Na, wer leidet einig? Jetzt guck da rein, der ist so lustig. So. Slash, B, Remove, was ist das umständlich hier? Wieso können die nicht in DS kommen, das wäre so viel einfacher. Slash, B, Add, Buong, kann ich den einen wieder? B, Add, Buong, nein, die Spitzwacke von Kiki ist wieder. So, Message, Buong, ich ziehe dann die 10% pro Video. Vision ab von dem Geld. Äh, was denn das? Message. Das. Pu. Pu. So. Ja, okay. Dann Dings. Die Drei. Slash, Pay, Puong, gebe ich dann 9.000. So, 9.000. So, dann Remove, Remove, Puong. So, so. So, so. Ähm, B, Add, etwa 1, als Mails. So. So. So, alle zufrieden? Hast du ein neues Schwert? Zum Schwarz-Pulver-Farm? Ja, klar. So, oh, den Diablock noch. What's offline? Ich dachte schon, woher habe ich den Diablock? Alle zufrieden? Das war jetzt hier irgendwie voll anstrengend. Die Kommunikation mit dem Chat. Irgendein Leberkäse, es brennt mich die ganze Zeit zu. So, und irgendjemand wollte...